Hey Leute, was geht? Heute machen wir Kimpap und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, die Mama von meinem Freund. Hallo, ich bin Hanni. Womit fangen wir an? Ja, erstmal unsere Reis vorbereiten. Und zwar ein bisschen würzen. Das hier, oder? Ja. Ein bisschen Sesamöl drauf. Sollte, das reicht schon. Schön mischen. Sehr gut. Muss noch irgendwas rein? Also, du kannst auch, wenn du ein bisschen salzig machst, ein bisschen Salz kannst du auch reintun. Wie viel? Ja, ein bisschen. Ja, also eine Prise. Eine Prise. Reicht schon? Oder zwei Prisen. Genau. Ein bisschen. Zwei Prisen. Okay, gut. Sehr gut. Schön rühren. Gar nicht so einfach, ne? Weil er so klebrig ist. Schön kneten. Bei uns in Korea, da wird man halt alles mit der Hand machen. Ja. Okay, Moment. Ich hole mal Handschuhe. Kann auch machen. Soll ich? Hier mal. Heiß. Oh, das ist noch heiß. Ja, noch heiß. Ja, und, ähm, da wird auch schon halt luftig schön, ähm, ja. Oh, das ist echt so heiß. Oh mein Gott. Du musst mal auch so luften und rein. Bisschen. 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 Mh, ist schon gut. Ja. Mh. Mh. So, einmal da ist es fertig. Ja. Das machen wir zuerst. Äh. Ei. Ei. Genau. Oh, wir haben die Eier. Ah, die Eier noch mal hier. Fünf Stück. Fünf? Ja. Echt? Ja, ja. Viel. Ei. Da. Pfeffersalz. Oh Gott. Milch rein. Milch? Ah, stimmt. Damit es ein bisschen weicher wird. Bisschen Milch. So vielleicht. Okay. So, ein Salz und. Bisschen. Ist da noch was drin? Mir ist leer, oder? Okay. Sehr schön. Oh. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Hehehe. Oh. Ich mache erst mal Karotte. Ja. Weil das schon okay. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ich glaube ich habe es versteht. Ja. Ja. Oh, das passt perfekt. Dann packe ich schon mal den Reis da drauf. Ich zieh mir mal wieder meine Handschuhe an. Erstmal so, dann drückst du das. Okay, ich versuch's. Eigentlich ist das schon gesunde Häppchen, gell? Ja, das stimmt. Eigentlich ist das wirklich gesund. Wenn du kein Fleisch magst, dann kannst du auch nur Gemüse rein. Genau, nur Gemüse, vegetarisch und Fleisch. Sehr praktisch. Ich nehme mal ein streiches Ei. Ah, das ist alles heiß. Oh mein Gott. Soll ich den schon rollen? Wie soll ich das machen? Ja, so. Dann musst du hier so festhalten. Ah. Auch so schön rein. Die sind echt praktisch, diese Holzmädchen. Ja. Das ist schwierig. Ja, dann machst du so und dann machst du so. Okay, und klebt das da jetzt von alleine dran? Oder muss ich da Wasser dran machen? Ja. Ja. Das ist Wasser. Achso. Das ist noch klein. Ja. Klebepunkt. 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 Sehr gut. Das sollte gut sein. Ja. Ja. Schön drücken. Ja. Schön drücken. Ja. Es ist drücken. Aber sieht schon gut aus. Ja. Sieht schon ganz gut aus. Sieht man? Funktioniert es? Ja. 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 Das ist nicht groß, sondern echt viereckig worden. Ja. Wir haben Viereck als Rolle. Ich glaube, deiner ist dünner als meiner, oder? Hm. Ich habe nicht so viel Reis reingedet. Ja, das ist gut. Okay. Ja. Ja, dieali Geräusch. Das Mauriz sandbox inHa 500-uler growl. Ich bin sogasper its- No. Du hast es nicht groß. Ich bin so gesch oder so? Du wirst deine Angst legöse vor. Ja, einer Absolut Guärme. Ja, der Real Longなmisch Tower. Und auch hier drücken 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 quickly. Ich habe gereilt einen liv. Ich H CHANNEL! Oh, jetzt habe ich ein bisschen schiefgerollt, egal, egal, es geht schon, es geht schon, Hauptsache, eine Rollchen, oh, jetzt habe ich die Klebepunkte vergessen, oh nein, Klebepunkte, niemals vergessen, lieber ein Riekumschlag, yeah, jetzt kriegen meine Zuschauer die Hunger, nicht immer wieder, Youth-Idee, das ist immer so gemein, die können immer gar nichts davon abhaben, kann man nur gucken, aber gar nichts essen, ja, aber sie könnt ja dann einfach nachmachen, ja, einfach, genau, okay, uh, oh, 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 wow, gut, uh, was sich raus was ist raus, hast du rausgekriegt, zurück, da kann auch keine Avocado rausfallen, weil keine drin ist. Ist gut. Sehr beruhigend. Oh ja. Wie so ein Schwerd. So ein Laserschwert. Wie bei Star Wars. Okay. Dann würde ich sagen, schnibbeln wir die jetzt mal. So feuchtig gemacht. Damit es da besser durchgleitet. Ist gut? Okay, das Stück sieht nicht so schön aus, das esse ich. Ja. Hm. Tada. Keine richtige Pyramide, aber es ist okay. Ja. Sieht das nicht unfassbar lecker aus? Ja, das sieht gut aus. Hm. Ich nehme eins mit Fleisch. So viele Geschmäcker auf einmal. Hm. Alles durcheinander. War lecker. Hm. Gut geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen hoch da lassen. Wie immer. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten. Ansonsten. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020